Na, bitteschön. Wenn man jetzt zwei Elternteile hat, wenn man nur bei seiner Mutter und der Vater wohnt zum Beispiel 600 Kilometer weg und wir können sie in der Ferie immer besuchen. Man ist ja an diesem einen Tag auf Reise und sobald man bei seinem Vater ist, ist man dann immer noch auf Reise oder zählt das dann so ganz normal wieder? Wenn man sich auf Reise begibt, du wohnst zum Beispiel in Düsseldorf und dein Vater wohnt zum Beispiel in Frankfurt. Okay, jetzt besuchst du deinen Vater in Frankfurt, wenn du bei deinem Vater bist, bist du auf Reise. Okay, wenn du bei deinem Vater bist, bist du auf Reise. Wallahu ta'ala.